Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier bei Cotte Performance, was man hört, denn er hat gerade irgendein 1000 PS Auto angeschmissen. Daher machen wir hier einen Cut und starten gleich nochmal. Hallo zum zweiten Mal. Cotte hat sich endlich wieder beruhigt und es geht jetzt wieder um den GR Yaris. Wir hatten schon mal ein Video gemacht, da waren wir bei SAR Turbotechnik. SAR hat den Ladeluftkühler und die Daumenpuppe für das Auto entwickelt und das Auto ist auch von Cotte. Also es ist eine Kooperation. In diesem Video habe ich beiläufig nebenbei einfach mal erwähnt, dass wir ein Kit entwickeln für die Ansaugung. Und da ging es in den Kommentaren total ab. Sehr viel Positives, aber auch sehr viele Dinge, auf die ich einfach mal kurz reagieren müsste, um ein paar Sachen vielleicht klarzustellen. Weil die vielleicht von uns auch, dadurch dass ich das Thema noch angeschnitten habe, nicht eindeutig rübergebracht wurden. Also, das Auto hier hat derzeit über 300 PS. Viel Leistung für so einen kleinen Zwerg und wir haben die Ansaugung optimiert. Was haben wir da gemacht? Das sieht man bei uns im Shop, haben wir eine Einbaueinleitung, da sieht man die Teile im Detail. Deswegen filmen wir jetzt hier nicht alles im Detail. Aber der originale Ansaugstutzen hier wird ersetzt. Das hier ist der originale Ansaugstutzen. Man sieht, der ist unten offen. Bedeutet, Toyota weiß schon, das Auto braucht mehr Luft, als dieser Querschnitt hier wirklich hergeben kann. Also haben wir die ganzen Flächen geschlossen. Unser Kanal ist komplett zu. Wir haben jetzt nicht wirklich den Flow optimiert und haben das Ganze nicht strömungsoptimiert. Klar, wir haben ein paar scharfe Kanten rausgenommen, dass der Flow ein bisschen besser ist. Aber das sind wirklich nur Nuancen, über die man hier spricht. Wichtig ist, dass man versteht, durch unser Kit hast du nicht mehr Leistung und wir optimieren nicht die Strömung. Also die Strömungsgeschwindigkeit, den Strömungsverlauf etc. Wir senken die Ansaugtemperatur und das ist uns gelungen, was wir in den Lockergebnissen im Anschluss des Videos oder währenddessen zeigen werden. Erster Punkt, wir haben den Kanal geschlossen. Zweiter Punkt, die Airbox hat eine Klappe unten. Diese Klappe öffnet bei 4000 Umdrehungen circa. Das heißt, auch hier weiß Toyota, der Kleine hier braucht richtig viel Luft. Die Klappe ist unten, dort wo sich Hitze staut. Das heißt, wir saugen hier aus diesem Bereich Luft. Das brauchen wir nicht. Bedeutet, wir sind hergegangen und haben ein Plug-and-Play-System entwickelt, womit man mit einem Adapter, den man über die Klappe schieben kann, der dort arretiert wird. Über einen Schlauch haben wir einen Bypass hier gelegt mit einem Plug-and-Play-Bypass-System. Außerdem, was über diese Schlitze, die OEM vorhanden sind, frischen Fahrtwind und somit kühlere Luft ansaugt. Das heißt, wenn die Klappe aufgeht, saugen wir hierüber kühle Luft an. Und genau diese zwei Schlitze sind der Grund, warum ich dieses Thema oder dieses Video eigentlich mache. Weil es heißt in einigen Kommentaren. Aber, Jungs, ihr habt jetzt hier einen Riesenfehler gemacht. Toyota hat diese Schlitze hier reingemacht, damit die Luft durch diese kleinen Schlitze hier reinkommt, erst einmal gegen den Träger kollidiert, ohnehin dann turbulent ist, dann aber doch wieder laminar über den Deckel hier strömen soll, in diese Finnen hier rein und hinter dem Motor den Turbolader kühlen soll. An der Stelle würde ich euch einfach mal sagen, klebt die Dinger hier mal zu und messt mal alle Temperaturen, Spot-Temperatur hinter dem Motor, Öltemperatur etc. Messt einfach mal alle Temperaturen und sagt mir, ob ihr einen Unterschied feststellt. Wir konnten keinen Unterschied feststellen. Daher nutzen wir das einfach und kühlen die Luft runter, die wir wirklich auch brauchen, die wir auch benötigen. Und genau das zeigen wir euch in den Loks. Wir werden gleich die Loks einblenden. Am selben Tag, mit demselben Auto, selbes Setup, Upgrade-Dadeluftkühler, selbes Wetter. Ein Pull im dritten Gang, ohne unser Kit, bis zu 37 Grad Ansaugtemperatur, was jetzt nicht viel ist, sondern wir sprechen von einem Pull bei 3-4 Grad Außentemperatur. Mit unserem Kit, mit steigender Geschwindigkeit, senkende Temperaturen bei ca. 21 Grad. Pull dritter Gang. Das ist ein Riesendelta. Wenn man sogar den Original, den OEM-Ladeluftkühler fährt, gehen wir davon aus, dass das Delta noch größer ist. Was beweist, dass eben unser Kit funktioniert. Und das wollten wir einmal richtigstellen. Dazu muss ich sagen, die Leute, die das Kit bereits bestellt haben, da haben wir auch ein paar Kommentare bekommen, hey super, alles klasse, aber warum ist der Schlauch orange? Es gibt derzeit Lieferengpässe mit schwarzem Schlauch. Das ist das Einzige. Und bitte, nehmt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr so ein Kit von uns habt, nehmt nicht einfach einen schwarzen Schlauch. Was wir euch schicken, ist doppelwandiger Schlauch. Dieser doppelwandige Schlauch umhüllt den eingearbeiteten Draht komplett. Und das ist ganz wichtig, weil bei diesem Schlauch oder den schwarzen, den ihr dann vielleicht nachkauft, nur damit das halt nicht so offensichtlich ist, habt ihr einen freiliegenden inneren Draht. Dieser Draht ist nicht beschichtet, bedeutet, dass er allein durch die Luft anfängt zu korridieren. Und diese Korrosion, dann habt ihr Korrosionspartikel im Luftfilterkasten, das wollt ihr nicht. Klar, der Filter ist dafür da, der filtert das alles raus, alles gut, aber es muss nicht sein. Daher bitte vorsichtig lasst, wenn es geht, diesen Schlauch drin. Oder wenn ihr unbedingt drauf steht, dann könnt ihr ihn durch den schwarzen ersetzen, Silikonschlauch. Und sobald das schwarze, doppelwandige WDR hier vorbei ist, gibt es den auch bei uns. Ich hoffe, damit ist das Ganze aufgeklärt. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.